Durchgang dieses Foul an Stoppelkampf. 65. Minute, alles harmlos. Vincent Müller, der Torhüter, mit dem Freistoß und der wird richtig scharf. Das 0 zu 2 durch den Torhüter. Ausrufezeichen, alles harmlos. Schienes bis Puttkammer den Ball durchlässt und Kersken, das ist dann so ein rabenschwarzer Sonntag. Maßband rausholen, das ist rekordverdächtig.